Hallo, hier ist Michael Patrick Kelly und das ist mein erster Selfie-Stick, nennt man das. Ich bin hier beim NDR 2 Soundcheck Festival und freue mich total, gleich die Eröffnung machen zu dürfen. Ich hatte heute schon das Glück, von diesem jungen Mann hier zu lernen, wie man ein Hashtag postet. Und das ist jetzt die zweite Sache, die ihr mir beibringt. 21 Uhr geht's los, ich mache die Eröffnung, wir rocken die Bühne, ihr seid dabei, bis später. War's richtig? Richtig. Und jetzt aus.